Also, ich muss ehrlich sagen, mir ist ein starkes Russland lieber wie ein sehr schwaches Russland. Mir ist ein überbordendes Selbstbewusstsein, obwohl ich dafür bin, kommt mal wieder auf den Teppich alle, lieber als so ein Understandman, wo ich immer die Sorge habe, dass aus Schwäche falsche Entscheidungen getroffen werden. Die Mehrheit der Entscheidungen, die man als falsch einkopieren kann, sind nicht aus einer Situation der Stärke heraus, sondern aus einer Situation der Schwäche heraus so gefallen, wie sie gefallen sind.